hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kanal hier bei holy lol heute schauen wir uns den nexus mal etwas näher an ich habe auf den nexus natürlich den interstellar aufkleber drauf gemacht wir sind ja gerade aktuell in einem weltraum thema in der season 5 und dann passt dieser aufkleber glaube ich ja sehr gut zu diesem auto und ich möchte natürlich heute herausfinden ob dieses auto auch das hält was es verspricht und deswegen spielen wir heute mal mit diesem auto hier zwei gegen zwei und schauen uns das mal genauer an und noch eins denkt dran zu abonnieren weil bei 500 abos verschenke ich einen dingo so also abonnieren und jetzt geht's los erste runde zwei gegen zwei so wir sind angekommen mein teammate fährt den mark glaube ich und jetzt wollen wir mal schauen was dieser nexus so hergibt hat mir mal in die kommentare schöne parade schreibt mir mal in die kommentare was ihr so von diesem nexus haltet wie der im vergleich ist zu dem outlaw von der letzten season ob euch dieses auto hier besser gefällt oder eher schlechter also ich muss sagen dieses auto gefällt mir von der steuerung her besser ist aber glaube ich nur rein gefühlstechnisch ups machst du ihn nein er macht ihn nicht jetzt macht er ihn jetzt macht er ihn wir führen 1 zu 0 wie gesagt ich muss sagen dieses auto gefällt mir von der steuerung her besser aber ich glaube optisch hat mir der outlaw gxt die 70er version von dem letzten auto besser gefallen aber fahrerisch fand ich den outlaw ein bisschen schwierig einer unserer gegner scheint afk zu sein ok wir spielen schon zwei gegen eins und kriegen noch ein gegentor wie peinlich so jetzt wieder anstrengen ein bisschen meine ich streng mich ja immer an und er ist drin wir führen wieder let's go also ich muss sagen ich fühle das auto den den nexus der ist stimmig und da ist er drin auch mann wie konnte das denn passieren ok ja und jawohl ausgleich ei 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 und wir führen wieder drei zwei ja marine sehr schön 42 let's go einer der gegner hat das spiel verlassen und der zweite auch wir haben also das erste spiel gewonnen mit dem nexus so wir sind angekommen in der nächsten runde und ich sehe wir spielen in der neuen arena das ist jetzt glaube ich das zweite mal dass ich die arena habe also noch nicht so wirklich oft schade dachte er fliegt auch dran vorbei und ich hätte noch länger zeit hatte ich nicht dieser nicht und der ball ist nicht drin somit sieht schlecht aus er sieht besser aus und drin dieser 1 zu 0 ich sag ja dieses auto das fühle ich bei dem outlaw hatte ich immer meine probleme dieses auto ist wirklich stimmig ich habe nichts zu meckern ich bin das auto richtig gut und ich freue mich schon auf die 70er version das könnte sich zu einem auto entwickeln was eins meiner lieblingsautos wird ich sag ja dieses auto ist ja ich bin begeistert komm schon für dich schade 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 ein 30 wäre jetzt schön gewesen komm mach ihn mach ihn mach ihn jawoll 3 0 die gegner verlassen das spiel wir werden wohl gewonnen haben und ich glaube das war mein teammate aus der letzten runde oder ja dieselben reifen derselbe name ja wird er wohl gewesen sein sehr schön so nach den zwei spielen mein fazit ist erstmal dieses auto gefällt mir wirklich sehr gut mein anderes fazit ist die arena gefällt mir nicht die neue ich weiß einige werden mich jetzt steinigen aber muss ich so hart sagen die gefällt mir nicht die ist mir viel zu bunt zu wild ich habe keine ahnung ich ja mir gefällt sie einfach nicht ich muss sagen die arena aus der season 4 in der wüste hat mir um welten besser gefallen so jetzt noch zum ende bei 500 abos ihr wisst das verschenke ich ein dingo drückt den abo button wir sehen uns beim nächsten video wieder bis dahin einen schönen tag euch noch ciao